Herzlich Willkommen zurück Leute, neue Session TTT Heroes. Heute mit BaluigiP-Items, Julimarupain, Maximir und vielleicht noch Kunanke Pünzse. Guten Tag, der Maximir. Maximir. Oh, hier geht es ins Loch rein. Maximilian. Der gute Maximilian. Baluigi. Genau. Genau. So, schöne Map. Das heißt, Maximus Baluigi mit Taschtücher beschmeißen. Also Maximus muss gar nichts. Ja, netter Versuch, ist aber 1,6. Du loser. Da wird der richtig frech. Das von Baluigi. Baluigi kannte die Map aber noch in schwarz-weiß, ist halt nochmal eine andere Sache. Da wäre ich nicht so laut in der Stille. Gibi, Gibi, Gibi. Wie geht ihr wieder angegangen? Ich habe einem König in Auftrag gegeben. Ah ja, perfekt. War aber eine ganz gute Map. Ah, Ra, oh. Das wurde nach seinem Haus designt. Habe ich hier denn gehört. Einer der wenigen CS-Maps, die man halt auch mal gespielt hat. Wer ist hier unter Duster? Ja, man hat immer das gespielt, das 2 oder das hier. Und immer Aztec. Aztec war immer die Map, die wir alle gemacht haben. Ja, ist der Frosch. Frosch. Äh, wie kommt jetzt die Lebe nicht wieder rum? Ne, jemand ist beim Frosch. Ja, auch die Leiter hat irgendwas hierüber geschoben, würde ich sagen. Leute, was ist denn hier alles? Das spielt ja gerade. Ach da. Pain. Ich habe die Bibel gefunden. Was machen wir damit? Lesen, meine ich die Bibel. Oder verbrennen, eins von beiden. Okay. Ah, Hachapain. Hm. Yes. Ein Diegelschuss auf Maru. Und der zweite Diegelschuss. Hat aber verfehlt. Welcher Schuss war das, ist die Frage? Holy Bible. Okay, das ist es, Maru auch. Mensch, Pain. Ne, wenn es Pain ist, bin ich trotzdem. Ich werde Pain verfehlt. Ah, der Chakal gab es schon vorher. Hier ist das Blut. Bitte lesen Sie die Bibel, bevor Sie eintreten. Sonst kommen Sie hier nicht rein. In der Sniper. Was eintreten? Maru, es liegt bei dir. Nicht beachten, dass da Venus draufsteht. Das hat das, äh, nerven. Maru. Da, wo du gerade langgelaufen bist, in der Oberfläche. Hab ich gelesen. Darf ich reinkommen? Ja, darfst. Hier. Was ist das denn? Ah, ja, hier, hier. Das ist dieses Willkommensgeschenk. Wen seht ihr alle gerade? Also, sieht, wer wen? Ich hab items gesehen. Hallo items. Ich, ich tatsächlich hatte. Weil, ich glaube, Balou wurde erschossen. Was habt ihr geschickt? Wir haben damit nichts zu tun. Aha, Pain Pain Maru. Ich hab, hey, hab nur noch gefehlt. Oh, eine Toilette. Was, pups mit dich eigentlich, aber ich hab dich. Ekelhaft einfach. Aber Maru. Wie ist es Pain? Äh, ich bin V. Ist Pain böse? Er ist ein V. Da ist der Pharao. Nee, der Grabräuber ist ja entwickelt. Der kenne den... Ich wohne fast bei Louis. Dann ist es Dalu. Ja, aber wir waren auch ziemlich nah dran. Du die Sch... Ich bin gleich, Leute. Du bist so schnell. Nein, du musst ja nie auf mich schießen. Warte, Jules. Warte, Jules. Bin unschuldig. Was wurde hier gestoppt und wo wurde was gestoppt? Und, und items ist der andere. Also einmal da... Nein, du hast mich getötet. Ich bin Pharao. Ja. Ah! Nee, lass mich hin. Lass mich hin. Ich hab... So. Kannst du mal bitte in der Tür den confirm? Ähm... In der Tür. Gerade eben. Genau. Ja, ich confirm ihn. Ist seine Leiche... Scheiße. Ja, ich glaube, er war der Drakkar. Pain ist der letzte. Ja. Pain. Ja, ich hab Ja gesagt. Mein Zwift funktioniert nicht. Ja, aber immer noch hochgradig verwirrt gerade. Hey Maxi, die Leiter ist da links. Da links. Hier an der Mauer. Genau. Ja. Weiß immer noch nicht. Also Maxi, wenn du jemanden füllen... Und damit gewinnen die Tee. Schade. Hä? Ich hab ne Runde gewonnen. Maxi und ich waren Giacano Sidekick. Und, äh, ich hab gehört, wie einer geklingelt hat. Dann ging die Tür auf. Und dann hab ich ihm nicht rot ins Gesicht. Leider war das Maxi. Also besser dich bei Darlou klingeln. Hat Pandy noch getötet, aber hab ich dich gerade erschrocken. Ne, 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 ne. Du hast Pängel. Pängel geht gar nicht. Alles gut. Ich war jetzt... Echt? Ich hab's nicht... Ja. Du hörst sie auch nicht? Das Ding Dong. So eine richtig klasse... Ja, ja. Da haben wir ja Warten, aber es kam nicht. Ah, jetzt kam sie wieder. Ding Dong. Jetzt hab ich es aber nicht gehört. Das ist sehr leise. In einigen Stellen. Das heißt, das direktional zu hören. Uhhh. Höh. Ach, Karl-Lui frei zum Abschluss. Oh nein, ich bin... Der Chaos. Karl-Lui ist der Däne. Wieso wurden da... Wieso wurden da Items frisiert? Das ist doch schon... Frisiert? Achso. Ich dachte, nachdem jemand... Das ist ein lustiges Wort wegen Freezing. Ah, ja. Für mich war das so Friseur-mäßig. Ich dachte, okay. Ey, wer ist denn jetzt auch noch der Schmoker? Das ist ein lustiges Wort. Maru, hast du ihn gerade gefunden? Hallo, Dalu. Hallo, Dalu. Vor allem, Maru ist nicht mehr in deiner Nähe. Maru hat einen Shotgun. Der hat mich ausgeschubst. Katze. Das ist doch jemand tot. Ihr habt einfach Gippie erschossen, ihr Mosse. Ich meine, hier ist noch mehr tot. Warum ist denn noch einer zu? Ich hab Angst vor euch. Ich gewisse. Okay. Der Raum, da will ich nicht hin. Ich nehme mal lieber eine Waffe in die Hand. Ich nehme mal lieber ein Möhrchen. Nein, Dalu kann nicht so schreien, wenn der mir schlägt. Ich habe den Boomerang gefunden. Hier, ne. Der Rennenkehlre... Oh. Ich würde ihn gerne durchs Haus werfen. Da kam ein Baby. Das war noch nicht mein Baby. Das kam von hinter mir, Leute. Wo ist er hin? Runter raus wahrscheinlich. Hallo, ich nehme den Boomerang. Du Arsch. Na los. Hast du ihn zugeworfen? Wer ist es? Du hast jemand getroffen. Alter, da. Es ist unten an der Tür. Es ist an der Tür, der Böse. Es ist Klingel. Du hast doch auf Katzen geschossen. Ja, aber ich dachte, du bist es. Ich bin trustworthy. Glaub mir einfach. Ich bin auf jeden Fall mit einem Boomerang am. Der Boomerang. Klang nicht gesund. Hey. Der Boomerang hat mich getroffen, wie gesagt. Ich halte mich. Das war in der Tür, ne? Aha, Pain ist es also. Hey, hey. Der Boomerang ist hier in die Ecke reinfliegt. Bin ich richtig sauf. Der Boomerang ist gerade draußen im Garten. Ich stelle mich echt an die Ecke. Danke fürs Aufmachen. Nein. Warte. 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 Was war das? Hä? Das hätte ins Auge gehen können. Ups. FBI. Open up. Warte mich. Doch. Wo bist du denn? Ich du. Oh. Okay. Hey. 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 Ah. Oh. Das funktioniert auch nur wenn ihr Gegner trifft. Ehemann. Was ist denn? Ach da. Oh. Boomerang, ein bisschen. Aber, da. Oh. Du bist doch auch damit so lieb. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. die Töne, da wo ich die Tür aufmachen wollte. Ja, das war der Sinn. Also das war... Der Boomerang lag so nah an der Töne, dass das passiert. Das war der Gag. Ja, ich wollte schon da hinlaufen, weil ich hab dann ne Leiche gesehen da oben und dachte mir... Better not do that. Aber Mann, du... Ja, ich hätte eigentlich alle getötet damit, das hätte ich wahrscheinlich... Du hast ein Geräusch gelassen. Ja gut, aber das ist wenn er isst. Da kann er nichts für. Ich war mir nicht sicher, ob die Bombe das ganze Haus umbringt, deswegen wollte ich's einfach ausprobieren. Wow, Katze ist wieder auf Drogen. Er ist schon jemand ne Leiche abgeschossen, aber es ist ein Traitor. Oh nein, komm. Das tut mir wirklich leid. Nein, 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 das war ich nicht. Durch was wurde er getötet? Den Gipi jetzt nicht getötet, wenn ich's wär. Er ist jetzt dreimal direkt zum Rundenstart geschossen. Okay. Ich bin Survivalist, soll ich ihn wiederbeleben? Kann er nicht einer wiederbeleben? Ja, kann ich. Ich bin Survivalist. Also ich soll ihn wiederbeleben, ja? Warte, ich mach schon. Gib ihm halt ne Chance. Ja, warte. Gipi, du kriegst ne Chance. Hä, wo ist der denn? Ah, da, okay. Ich seh's. Aber ich hab hier den Defi. Aber ich hab hier den Defi. Ich hab den Defi. Es ist der da oben. Der ist böse. Der oben auf der Mauer ist der Böse. Die sind böse. Ich hab denen ne neue Chance gegeben. Wo ist der Dude oben auf der Mauer? Da ist schon wieder nix. Wir sind nicht mehr auf der Mauer. Okay, ja gut. Hab den Gipi jetzt... Goddammit! Was hat den Gipi hingeworfen? Aua, Baloui! Baloui ist böse! Baloui, aah! Da brennt doch wer. Oh ja, Baloui ist hier. Es sind auch noch Zombies. Der letzte ist der Zombiemaker. Ich seh, Zombies durchgewandt. Heißt du, was das für ein gruseliges? Baloui, weil du bei Minecraft mitgemacht hast. Bitteschön. Oh Mann, Gipi ist du mit auf. Nein! Hä, ich bin Marker. Du bist Marker und hast verloren. Du bist Marker und hast verloren. Renn in der Hölle, Maxi. Renn in der Hölle. Also ich war nicht der Gipi am Rundenstart getötet. Ne, das war ich. Ich wollte ihn auch direkt wiederbeleben. Aber leider waren da irgendwie zu viele Leute auf einmal. Ich hab Maxi abgefackelt dafür. Obwohl ich dich wiederbelebt hab. Haben wir Gipi schon gehört? Ne, Gipi ist doch. Kann ich jemand anderes hier beleben können? Ja, Gipi hat zu sein. Ich wollte ihn einfach nicht possessen, Maxi. Ja, ich bin ja sauer so. Ne, wenn Gipi sauer ist, dann hört man das richtig. Ja, witzig. Wir sind Gipi und sauer. Hey, 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 warte mal hier. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier passiert? Das war hier hinten. Hey, hey, hey. Was ist denn mit dem Sidekick los? Was ist denn hier? Das war Julie. Hä? Ja, du. Oh. Ich hab'n geschenkt für euch. Ich auch noch nicht, aber sie hat so reagiert. Und außerdem hat sie außerhalb der Map geschaut, was mich sehr verwehrt. Ich hab'n mir die Messer geschaut. Ist ihr Action macht? Ist hier drin, der wäre ein Disco. Da. War meine Disco. Oh, go. Scharf! Da kommt die super scharf. Bitte weg von den Fenstern. Oh, okay. Oh ja, da ist super scharf vom Spawnbereich. Da, haha, das ist gestorben. Moment, irgendeiner von euch? Ich muss gut schießen. Okay, meine Waffen sind um sich. Alles gut. Ja, meine Waffen sind weg. Ich dachte, ich wurde entwaffnet. Hier items, oder? Ja, wird unten sein. Okay. Lass mich vorgehen als Mietchild. Ist schon wieder Marco unterwegs? Ich hab'n Marker gesehen. Der ist Dalu. Dalu ist der Marker. Mach ihn weg. Mach ihn putt. Wo, wo ist er denn? Der ist gerade im Haus unterwegs. Okay, gut. Einfach weit vom Haus weg bleiben. Hi. Wurde nicht gemarkert laut Symbol. Das ist gemeingefährlich. Aha, Dalu. Wir sind da oben unterwegs. Ah ja, Joe. Ah ja, Alter. Der hat mich angemarkert. Der ist im Keller. Ich kann ihm hinterher. Haltens, lebst du noch? Kommt alle her. Kommt alle her. Ach, wir heilen wieder, was? Ja, ja. Nee, 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 aber so können die halt so... Ich muss das Gebäude stören. Komm, alle mitkommen. Wo seid ihr meine? Egal. Ich muss schnell einen Traitor töten, damit er nicht gewinnen kann. Ah, bei Marloui, du Schweinehund. Du machst das aber auch schwer. Leute im Keller, Isa. Wieso? Wird doch leichter dadurch. Nein, ich verliere meine Marks. Das war ein Mann. Das war ein Mann. Das war ein Mann. Das war ein Mann. Das war eine Katze, da ist es Galu in den Keller. Der ist im Keller. Hier, guck. Hier. Zeig ihm, was er verdient hat. Ich hab den Gemarkten irgendwie gemarkt. Aber der Pell jetzt... Was macht Pell denn hier? Ich hab Stalu und Baloui gekillt. Aber wie sagst du und Baloui getillt? Weil er böse ist. Der wird doch gekämpft. Maxi? Da hinten läuft jemand. Oh, der wird mich töten. Ich bin tot. Hallo, Items. Du bist wieder flink unterwegs. Ist das überhaupt Items? Nein. Okay. Achso, Moment. Achso, Items. Weißt du, wer es ist? Dreh dich mal um. Weißt du, wer es ist? Dreh dich mal um. Das klingt jetzt auch nicht sonderlich vertraut. Maxi, du scheinst es ja nicht zu sein, ne? Ich hab grad Dalu getötet. Aber ich mein erst mal. Ja. Hast du grad das Geld hier geschossen? Was war das denn? Wo kam denn der Dollar her? Schau mal, ich zeig nochmal. Hallo? Du kriegst einfach meine Gemarkten, ey. Ja, was soll ich denn machen? Du kannst ja nicht gewinnen. Gute Mark. Ach man, irgendein Star Wars-Einsel, wer auch immer das benutzt hat, hat alle meine Waffen verpackt. Uh. Du wüsst es. Wer auch immer das war. Er hatte auch keine Waffen. Aber es ist nicht tot. Es gab aber ein Star Wars-Trader-Item. Irgendwas mit Force Grip oder whatever. Wui. Als Fehlermeldung stand es halt oben. Ich hab gar nichts genutzt. Ist ein Gemarkter-Toter nicht immer noch ein Gemarkter? Äh, nein. Deswegen hat er den Defi dafür ja auch noch. Nee, der hätte den Defi dafür um Leute, die er ja nicht gemacht hat, zu wiederzusehen. Ja, aber du warst, also wenn du tot bist, verlierst du den Punkt. Ah, okay. Doof. Ich weiß nicht, woran ich gestorben bin. Eine Wunde, zwei Runden muss ich ohne Waffen jetzt noch ausgucken. Hallo? Warum? Also die Waffen werden nicht angezeigt wegen einem Star Wars-Item. Wenn der gleiche Waffen ist wie auf dem Items-Server, dann werden die auch nach dem Rundenwechsel nicht angezeigt. Dann musst du den Server neu starten. Hä? Oh nein, die Tür ist zu. Ich werde sterben. Ich will nicht sterben. Tschüss. Komm her. Komm her. Komm her. Ich kann nicht wiederbeleben. Das klingt nicht so vertrautenswürdig. Oh ja, das nehme ich gut. Das nehme ich gut. Ich bin hinter dir. Okay, weiter kurz. Ich bin ich... Ich bin ich... Ich bin ich... Ich bin ich... Ich will nur gucken. Ich bin das nicht. Achso, du bist gar nicht Items. Einen Moment. Oh, ist Items. Hallo. Hallo. Aber wenn du... wenn ich jetzt theoretisch... Oh, hey. Also du wirst wieder... Ach du Scheiße. Das ist ja frech. Hast du es erwischt? Das war Gippie. Das bleib ich immer ja auch hier drin. Hallo Payne, wie sagst du ein Messer? Warum hat der eine Faust? So, du wirst jetzt wieder, genau. Der wird jetzt wiederbelebt. Oh, falsche Waffe. Oh, der hat ja, was ist das denn? Irgendwie geht mein ganzer Plan hier zunichte. Was passiert denn hier? Aua, wieso explodiert das immer da, wo ich bin? Du weißt nicht wer Böse ist, du kannst einfach irgendjemanden abstechen. Hey, hey. Hey, hey, hey. Irgendwie passieren hier zu wöse Dinge. Du bist ja Vendetta, du kannst dich dann wieder nüchtern. Was ist eigentlich mit Gippie passiert? Warte mal kurz. Das gehe ich auch gar nicht. Dave, Inno bin ich. Hallo, NICHT! Wie es tut ihr? Oh, draußen Mima Maru. Was ist jetzt hier passiert? Das war der Marker? Nein, nein. Da will man den Traitor-Kollegen von Maru wiederbeleben und dann tötet Maru ein. Ich stehe von Traitor-Kollegen von irgendwelchen Leuten, die mich erschießen und der Dete tötet mich als einzig pazifistischen Vendetta des Jahres. Ich mach niemals was. Sehst du da vorne an der Brand. Ich stehe von Tune und schieße drei Sekunden an und schieß mir die Schädel. Ja, das ist halt ein Messer in der Hand. Ich mach's doch. Unbedrohlich hätte ich nur als Hundewelper auftreten können. Nein, das ist bedrohlich. Ein Messer bist du gefährlich. Dann machst du mal eben zack. Ich wollte ein Sandwich machen, das war alles. Mit Buscher oder mit der Emulade? Mit Buddha. Mit Emulator. Buddha und Margarete gemischt. Die ist ja so rum, wo man fährt. Buddha und Margarete. Blaue Bibel, gelbe Bibel, lila Bibel. Warte, meinst du, das ist keine Pizzaschacht? Das ist die Bibel. CT ist einfach mit dem Venus. Das ist die rote Bibel. Dass du die Bibel als Pizzaschacht überbetracht hast, war das schon lange klar. Als ob so ne kleine Pizzaschacht jemals in deinem Haus gekommen ist. Hey, ich hab da unten was Kloppsen hören. Doch, es gibt auch Mini-Pizzaschacht. Ich verkundere. Ja, wenn jemand ne Schildkröte geplanted Items hier hinter. Hier, guck mal da, guck dir das mal an, hier. Guck mal, hier durchs Fenster. Das ist keine Entfüllschröte, aber fast. Du kannst einfach nur reingucken, das siehst du doch. Ja stimmt, das ist ein Dorfaster, das ist ja süß. Ja, das ist fotografisch. Der wäre halt aus dem Fenster rausgesprungen danach. Warte mal, ist das die Türe hier? Das war die Türe. Ja, das war wirklich die Türe, das ist ja interessant. Oh nein, jetzt haben wir ein Loch daheim. Jetzt haben wir wieder ein Portal. Hallo? Oh, ist denn hier hingeflogen? Wie kommst du hier auf? Die Leiter direkt hier. Leute, jetzt auch einer. Balu fühlte sich schon richtig cool. Eieiei. Ich kann auch so überall hier hochklettern. Hier sind nämlich überall Leitern. Wo ist denn hier das Bad? Ja, das sind genauso wie meine Leitern hier, ey. Wo ist denn das Bad? Oh, musst du? Ja. Der, der Bad. Der Bad. Der Bad. Ich hab'n Bad. Der Bad? Ja. Der Bad. Ah, stopp. Da auf'n Balkon gestaltet grad jemand Böses. Äh, was ist das? Hat Juli Gippi also getötet? Ich bin ja nicht böse. Nach dem Baden sucht er. Ja. Ey Juli, fang! So, ich schau, Juli, wer sah... Was? Ey, Maxi, fang! Was? War nur das. Aua. Aber wer spielt das Spiel? Äh... Oh, oh. Ist da, du. Wenn Maru spielt, ist das nicht mehr lustig. Alle weg. Okay. Da kommt dann wieder so ne grüne. Ah, Juli hat nen Baby gewonnen. Oh, da kommt nen Baby ausm Haus. Ja, ich weiß noch nicht, wer es ist. Ah, da hat's. Juli, du wurdest... Es... Du hast vor... Oh Gott, Juli hat ihn dir aufgestellt. Ah, dank. Keine... Sorry, Juli. Wollte sagen, Juli, du brauchst gerade den unteren Teil fürs Baby machen, aber durch die Beine durchschießen hilft nicht. Ah, so, ja, dafür kriegst du ne Baloui. No, ich bin der Badenfahrer, ich bin der Badenfahrer, ich bin der Badenfahrer. Nooo! Und ihr seid ne Baloui. Dafür unterhalten wir uns noch mal dazu. Du hast zuerst geschossen. That's a lot of damage, wenn ich damit schreibe. Wer ist denn hier in... Oh, hier ist ein Toter. Baloui wurde explodiert. Ist gleich ein Headshot. Oh ja. Das war mir schon wieder. Was ist denn da? Das ist mein Visualizer. Lass mich visualizen. Okay. Tsch. Also wenn das Dukel ist, macht das rote Leuchten viel mehr her. Ding-Bong. Oh, ich wurde ge-Ice-knifed. Hey, hey. Die Hexe ist tot, Tain is in the nose. Hast ne Menge Funke? Hätte auch gerne ne Menge Deutsch. Und jetzt damit hab ich gerettet. Das heißt, ich darf eh eh nicht auf dich schießen. Das heißt, du willst aber auch auf dich schießen. Keine Ahnung, die haben die Leute angestellt. Was ist denn hier passiert? Paine hat die unten erschossen. Oh. Okay. Paine ist im roten Raum. Hey, hey. Bleib dabei. Boah, heute geht rein. Heute geht rein. Gippie ist noch. Gippie, der dritte war doch so viele Leichen. Musst du dich wiederbeleben? Ich konnte die nicht reviden in dem Raum. Warum nicht? Ja, der Paine. Ich hab's wieder gekackt. Ich hab's wieder gekackt. Mein, ich wollt Dalu jetzt possessen. Deswegen solltest du nicht sterben. Ja, ich bin da auch nicht gestorben, aber... Ich wollte gerade den Magneto... Ja, ich wollte ihn gerade anders bewegen. Da kam Dalu in das Zimmer reingelaufen. Hat jemand neben mir umgebracht. Ja und? Aber du bist halt rausgekommen gerade. Ich weiß noch wer das war. Wie bitte? Wir haben nur Julie umgebracht und die hat ein Messer in der Hand. Klar. Ja. Immer diese Messer-Jocke. Ja! Schneller! Nein! Flasher! Jetzt hab ich Swift und Flash. Ach du Scheiße. Hallo da, Gippie. Was ganz anderes ist. Au! 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 Ich hab ye як ge resistent Dann werden ein Totems kaputt gemacht im Haus. Schnell! Wo oben? Dann? Oh im Keller im Keller. Ja im Keller im Keller. Achso im Keller in Oben. Und sammeln jetzt Dosen. Meine Leute. In Kopех bestimmt bist du dann Julie? Em! Pierstes im Keller. Ich mache du einfach hier auch. Nein. Nein. Nee, aber ich weiß wer das hier war mightofv. Ich mag dieses. Ich mag dieses. Ich solle ihre Vorrede. Ich schmила ein... Du hast den... Chu... Und wir sind aus der anderen Seite rausgekommen halt. Ich glaub zu ihr... Du bist hier mit einem Messer umgezogen auf das hier zu ihm vorgegangen, du hast gesehen, oh doch nicht. Und dann bist du weggegangen. Das ist los, bevor noch ein Totem schnabbeliert. Wo ist er denn? Geben ihm. Einen schießt auf mich. Das war so dermaßen Nachkommensbuch. Da schreit jemand. Der wird heute gefocust. Kein Gesichtsausdruck, wenn ich pain sehe. Max, hier, was guckst du da? Guck den Schrei an. Mach den Schrei. Ding-Dong, Balouis. Machst du denn hier? Ey, ich brauchst du das nicht, weil eure Namen lebt. Ich bin so schnell. Ich bin wirklich possessed. Aber das hat meine Waffe wiedergebracht. Vielen Dank, übrigens. Kein Problem. Baloui, du musst noch angustet werden. Ja, es tut mir auch leid. Ey! Explosionen! Ich hab Items gefallt, ihr Nasen. Nein, ihr habt ne Disco geworfen. Ach, ja, hör doch auf damit. Komm, Juli, Baloui hat nur wenig Leben, die kriegst du. Nee, kannst du auch sein lassen, Juli. Aber warum? Gibt es, wer Julis ist? Hä? Nö. Mich? Nö. Nö, Maru! Maru ist... Ah, ich treff nicht! Hilfe! Oh, Scheiße! Okay. Und die Dippe auch schnell danach. Okay. Irgendeine... Was? Wo bist du hin? Ah! Bin ich hier zugegangen. Manu ist auch noch böse, ja? Bist der Letzte, ich. Dann gib mir wenigstens nen fernen Kampf. Sag mir, wo du Possessed-Item bist. Hinter dir. Ach, das weiß ich nicht. Kann ich auch noch possessen, wenn ich sterbe? Hm, interessant. Ich hab eigentlich fast alles durchgeguckt, würde ich sagen. Müsst du doch gleich ablaufen. Also, wenn dich eines Possessed hat, würde ich aufhören, mich zu schießen in der Zeit. Ne, das war ich. Okay. Dann schieß ich jetzt zurück. Ja, ich glaube es ist abgelaufen, aber ich kann mich auch beten. Ich glaube, da kriegst du eine Information, wenn's abgelaufen ist. Es ist nicht abgelaufen. Was bist denn du? Bin ich außen rum die ganze Zeit. Bin ich lauf innen rum die ganze Zeit. Bleib jetzt außen. Bin... Du mit meinen Waffen. Okay. Ich bin immer noch Possessed. Ah! Ha! Jaaa! Bitteschön! Jaaa! Oh, Fade! Äh, nicht Fade. Ach, Paine, deswegen hast du gefragt. Ja, weil ich jetzt... Wo war's, Paine? Äh... Ich hab mich auch Possessed, Doppel Possessed. Bitte, ich dachte... Also, Maxi meinte zuerst, dass du das bist, deswegen wollte ich gegen dich... Ja, Dalu oder Maru wollte ich sagen. Deswegen wollte ich gegen dich spielen, aber jetzt hab ich gesehen, dass Maru böse war, deswegen wollte ich dir helfen. Leute, wenn ich euch gefahren lasse... Danke, ich schau mal an Freise, sonst hab ich schon mal wieder was gebissen im Schatten. Wuuuuh! Ciao! Ciao!